hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren folge thimbleweed park wir sind hier immer noch mit ransom dem verbiebten clown unterwegs ja und wir haben hier noch ein paar aufgaben auf unserer to do liste schauen wir noch mal drauf würde ich sagen wir sollen unseren little beeper füttern und ein paket vom postamt holen und irgendwie noch eine seite aus unserem witzebuch finden ja ich würde sagen da unser hamster ja kein das benutzen von höhere punkt aus springen aber das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren weil das steht irgendwie nicht auf unserer to-do liste wir gucken erst mal was ist der gott im himmel popcorn okay können wir das nehmen das ist nicht nur staubkörner sammeln okay brauchen behälter und muss aufzusammeln anscheinend wir haben doch hier hinten auf dem zirkus gelände irgendwo haben wir doch das letzte mal eine popcorn maschine gibt es doch schon gibt es da irgendwie auch ein behälter sondern hier tüten na klar wir nehmen einfach hier so eine tüte jetzt mal gucken ob es funktioniert wenn wir hier mal so ein popcorn okay da haben es der lieb popcorn also müssen wir jetzt hier auch so eine tolle ausgabe was rennt da da rennt eine ratte in den zirkus da kommt sie wieder raus na ja das was hat die denn die maul klaut die unser popcorn hier klaut die ratte unser popcorn gleich mal hinterher so geht es nicht die schläppte an popcorn die türen sind noch ein staubkorn glaub ich das nehmen wir natürlich auch mit so einmal staubkorn bitte danke wo hat die das ist jetzt hingeschleppt das habe ich mir aufgepasst da kommt sie das war doch mal gerade ab wenn wir hier den käse das loch anwenden jetzt hat er da den käse hingelegt die schleppt fleißig unser popcorn raus können wir die irgendwie ablenken mit dem käse vielleicht dass die unser popcorn in ruhe lässt ja das sieht gut aus jetzt ist er einem käse interessiert können wir jetzt auch da das popcorn nehmen aber ich glaube wir sammeln die wir erst mal ja wir sammeln glaube ich lieber erst mal das draußen ein jetzt rennt sie wieder raus die cloud unser popcorn ich glaube das nicht oder kommt sie wieder blödes viel super ich habe gucke mal passt wohl nicht mehr ganz ins häuschen kann ich denen das jetzt klauen passt bei denen wohl nicht mehr im bau die haben zu viel gesammelt ja cool alles klar meine popcorn schachtel ist voll das sieht doch mal gut aus hier würde ich sagen gehen wir mal zurück zu unserem homster und gucken mal ob er das popcorn mag ich weiß und wieder retour in unserem wohnwagen gebe volle tüte popcorn hier ja 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 kratz cool amster gefüttert mal kurz gucken ob das gezählt hat blablabla fütterin den bieber ja wohl ist ein haken dran sehr schön dann können wir uns jetzt in den anderen campel kümmern wo ich jetzt die seite her bekomme weiß ich doch nicht mal gucken ob wir jetzt rauskommen zumindestens mal dass wir zum post post amt gehen können ach kacke ich habe ja noch keine karte akku kommen aber trotzdem wenigstens schon mal raus ok wie jetzt kommt nicht mehr rein naja gut dann erstmal zum post amt ok wir haben doch gar keine karte kommen wir dann trotzdem hierhin so vor was post amt das war in der a street glaube ich ja hier ist es sehr schön können wir die ihm einfach geben der rennt wieder so schnell hin und her das war ja gut dann reden wir über die humongous hanker hankers für at least another week george get a clown visit the post office without the third degree she's someone woke up on the wrong side of the big top let's try that again what can i do for you chuckles also oberste okay i want to pick up my package let me see that okay one moment next time deliver it to me in person what do you think i pay my tax dollars for you haven't paid taxes in years or you think sorts all outgoing mail gut wir haben ein paket ich würde sagen wir machen gleich mal auf und gucken mal was da tolles drin ist there's a note inside dear mr clown we hereby return your defective samples the wallet seems to be made out of a rare endangered species of birds and the candy dispenser sparks whenever you use it please do not contact us again what a bunch of squads aber wir haben eine brieftasche gut für was wir den pet spender brauchen weiß ich noch nicht aber die brieftasche warte mal der penner war doch hier oder ob er die brieftasche mit uns tauscht probieren nicht dass wir sie jetzt gleich wieder los sind die glutein free donuts you look like you're hitting the willy sauce harder than i am well you look like your liver is about to fail so i guess we both look like Du hast doch gehasst oder? Verpiept dich? Geile Antwortmöglichkeiten für die Leute! Man, ich muss nur jetzt aufhören. Oh, du nicht? Nein. Wenn du noch nichts auf die Brieftasche hättest. Was kostet du Schnapps für mich? Ich versuche mal die Brüftaschen zu geben. Ich habe eine brandne Brüftasche, die sonst kein Blut haben will. Hier ist eine Brüftasche mit einem Bild von mir. Ja cool, er gibt uns die alte. Ist das die Blutverschmierte jetzt? Das ist die blutige Brieftasche, sehr schön. Jetzt müssen wir die Brieftasche nur noch der Ray geben, glaube ich. Dann könnte die rein theoretisch dann diesen Blutdron damit füttern. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Jetzt ist nur die Frage, wo steht die? Steht die immer noch vorm Sheriffbüro? Aber da liegt noch ein Staubkorn. Vielen Dank. Ne, das war's noch nicht. Jetzt. Da müssen wir praktisch nur vor die Tür gehen. Und nehmen die Brieftasche entgegen. Sehr schön. Ja, dann wechseln wir wieder auf den Clown zurück. Und jetzt müssen wir die Brieftasche geben. Das sollte ja eigentlich funktionieren. Ja, passt. Geben wir hier auch gleich noch die Staubkörner, dann haben wir das auch hinter uns. Dank dir, wenn einer die sammelt. Was werde ich mit einem Pfeil Blutdron? Ja, das frage ich mich auch, liebe Ray. So. Dann fix gewechselt auf die Ray und wieder ab nach drinnen, würde ich sagen. Wo ist denn jetzt? Warte mal, wir gucken gerade mal nochmal. Soweit ich jetzt nämlich das letzte Mal verstanden habe, brauche ich ja noch eine Blutprobe von der Leiche, damit auch da wieder eine Übereinstimmung feststellbar ist. Nur, wie nehmen wir da Blut ab? Haben wir irgendwas, womit wir da höchstens das Klopapier? Weiß ich jetzt nicht, wir versuchen es mal. So etwas irgendwie abtupfen oder so. Cool. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt eigentlich für den Blutdronen alles, was wir brauchen, oder? Gucken wir gerade nochmal, wo ist er? Da ist er. Tropf, Tropf. Auch nicht schlecht. So, dann wieder ab zum Sheriff. Und hinein. Das Cloutchen steht da. Wieder Pennywise aus S. Mit seinem Luftballon. Uah. Hänsehaut. So, das ist der Erste hier, genau. Dann ab dafür mit der Blutprobe. Es ist zu durchgeweicht. Es ist zu nass. Äh. Was ist mit dem Portemonnaie? Hm. Das geht. Aber die Blutprobe ist zu nass. Was machen wir jetzt mit der nassen Blutprobe? Scheiße. Haben wir irgendeine Möglichkeit, die trocken zu kriegen? Ne, wir haben den Wasserspender sowieso nicht. Das wäre ja ein bisschen blöd. Warte mal. Warte mal. Wo haben wir eine Möglichkeit, die trockenen Blutprobe? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oder hier? Vielleicht über dem Grill? Schweiß es nicht. Schweiß es nicht. Schweiß es nicht. Nee, warte mal. Ich hab ne andere Idee. Ich probier mal was. Wir gehen mal hier zum... Quickie-Pow. Willkommen zu Quickie-Pow. Kann ich dir was finden? Gucken mal. Hier ist doch... Nee, das ist nur ne Kaffeemaschine. Oh, warte. Jetzt bin ich doof. Nee, 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 nee. Hinten auf dem Klo. War da nicht ein Trockner? Da war doch so ne Trockenmaschine. So ne Hände trocken, abtrocknen... Dingsbums. Wo ist sie denn? Da an der Wand. Ja, genau. So. Vielleicht können wir einfach jetzt... Okay, noch ein Klopapier geht nicht. Ich dachte, dass wir sie vielleicht irgendwie mit einem anderen Klopapier abtupfen können. Aber wir probieren das einfach mal aus mit dem Trockner hier. Vielleicht geht das ja. Dass man sie da drunter hält oder so. Ich weiß es nicht. Sie macht's auf jeden Fall. Okay. Gucken wir noch mal kurz, wie es jetzt aussieht. Blutiges Toilettenpapier. Aber zumindest mal tropft's jetzt nicht mehr. Jetzt probieren wir den ganzen Krempeln mit der Maschine nochmal. Jetzt laufen wir jetzt auch schnell. Wenn ich da jetzt die Karte gezogen habe und ausgewählt habe, wo ich hin will, bin ich auch die zwei Schritte gelaufen, wenn ich hier nicht an einem Scheißhydranten hängen bleibe. So, ab dafür. So, jetzt wollen wir doch mal testen, ob das funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Geht. Sehr geil. Er rappelt und knattert. Und... Er... Jawoll. Spuckt einen Ausdruck aus. Perfekt. So, den müssen wir dann auch wieder nehmen. Blutbericht. Input. Blutige Geldbörse. Input. Blut an der Leiche. Output. Das Blut an der Geldbörse entspricht dem Blut der Leiche. Genauigkeit 100%. Fehlerrate 0. Perfekt. Okay, wir haben unseren zweiten Ausdruck für unsere Mordindizien. Jetzt brauchen wir praktisch nur noch einen Fingerabdruck und ich weiß immer noch nicht, wo wir das Klebeband herkriegen, verdammt. Damit wir diesen Scheiß Fingerabdruck von dem Eispickel irgendwie abziehen können. Muss doch eine Möglichkeit geben. Ist aber auch nichts, weil da sagt er irgendwie Fingerabdrucks Klebeband, dass es da irgendwas Spezielles gibt. Vielleicht bei ihm oben im Büro. Wir gucken nochmal. Ich habe keine Ahnung, wann das Klebeband von dem Post Office da kommen soll. Standard City Issued Desk, aber mit keinen Schubladen. Okay. Der Schreibtisch hat keine Schubladen. Ansonsten haben wir ja eigentlich hier alles schon angeguckt. Hm, hier liegen nur die Donuts rum. Was ist denn hier hinten noch? Hinten ist nur die Zelle, die da oben steht. Was ist denn das? Ach, ein Radio. Okay. Können wir das anmachen, das Radio? Oh, jetzt kommt eine richtige Nachricht. Fluoride ist eine Konspiratie, um deine Kinder zu schrauben. Und jetzt zurück zu unserer speziellen Hostile-Takeover-Song. Und vor allem, die gehen dann Stopps an. Oh, Mann. Ja, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Gehen wir nochmal zum Postschalter oder was? Clown steht immer nachher rum. Schon ein bisschen gruselig. Vielleicht? Wart mal. Was haben wir denn bei ihm noch auf der To-Do-Liste? Wo gehen wir denn mal hin? Was machen wir denn jetzt mal mit dem Klang, hm? Willkommen zu Quickie-Pow. Kann ich dir helfen, dass ich etwas finden kann? Ja, erstmal eine Karte, genau. Erstmal eine Landkarte, damit der auch überall hinreisen kann. Das ist gar nicht so die dumme Idee. So, dann gehen wir mal mit dem Clown. Puh, 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 puh. Da sind wir gerade. In das Hotel brauchen wir den Clown eigentlich nicht. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir lassen einfach gucken, müssen wir auch noch nicht hin. Wir gucken mal, was das hier ist. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas zu holen, wo wir vielleicht brauchen könnten. Äh, willst du? Da läuft ein Stück Pizza rum? Hallo? Du hast voll durch die Pfütze gelatscht. Wollen wir mit der Pfütze irgendwas machen? Anschauen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, wo geht es denn hier jetzt lang? Was, 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 was? Geheimnisvoller Waldweg? Äh, ne, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Hm, ne, das machen wir jetzt nicht. Äh, ich würde sagen, wir machen hier jetzt kurz, äh, einen Break. Und es hat mich natürlich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Äh, ich würde sagen, wir freuen uns mal gemeinsam auf die nächste Folge, wenn es heißt, Let's Play Thimbleweed Park. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, habt einen schönen Abend und tschö. Mit Ö.